JoCast Disco Küche Hallo, 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 herzlich willkommen in JoCast Disco Küche. Heute am 10.05.2021, ein wunderbarer Gast hier neben mir. Ich freue mich total drauf, ich habe natürlich auch wieder ein bisschen was gesucht. Ehrlich gesagt war das nicht so einfach, für dich was zu finden. Ja, ich weiß. Du bist so undercover, bist so ein Ninja irgendwie. Aber so ein bisschen was habe ich auf jeden Fall gefunden und ein wenig haben wir uns ja auch kennengelernt. Also von daher kann ich dann auch noch ein bisschen was schreiben. Also, meine Lieben, über diesen jungen Mann etwas im Internet zu finden, ist nicht so einfach. Aber, was ich aber sagen kann, ist, dass wir beiden für die Künstleragentur Music for Friends, Shoutout, als DJs durch die Republik geschickt werden und dann mit Live-Musikern, so wie zum Beispiel Kuizu auf der Bühne zu performen. Über unseren DJ-Papa André haben wir uns dann ja kennengelernt. Der Music for Friends selbst sagt, seit 2010 ist er als professioneller DJ tätig. Also, ab da hat er Geld dafür genommen, dass er das tut, was er tut. Sowohl in Clubs als auch auf Events vom Partyboot über den Nürburgring bis hin zu einer Festung war bislang an verschiedensten interessanten Locations mit seinen Sets, was, nee, mit einem stets bereit gefächerten Repertoire im Einsatz. Ah ja, der junge Mann hier neben mir spielt Schlagzeug und hat zum Beispiel eine Drum-Show für Music for Friends entwickelt, die wir dann als andere DJs oder Mitmusiker dann alle lernen durften und dann gespielt haben, mit Freude natürlich, außer den Ententanz. Den mochte ich nicht. Der kam von Masti. Ja, genau. Dass er heute hier sitzt, hat man wohl seiner Liebe zur Musik zu verdanken. Er wäre sonst bestimmt auch als Model durchgegangen. Herzlich Willkommen. Freire Bo. Das kann ich nur zurückgeben. Ah ja, das Motto hörst du ja. Ja, auf jeden Fall. Aber ich mache eher so die Best-Ater. Ich bin natürlich die Best-Ater. Wie geht's dir denn so? Ja, mir geht's super. Also, ich fühle mich aktuell noch ein bisschen aufgeregt. Ja. Habe ich dir eben schon mal gesagt. Das ist mein erster Job, nochmal so gesehen, seit September. Leider Gottes. 2020 September? Ja, 2020. Was hattest du da gemacht? Also, was war das dann? Das war für Music for Friends auch ein Job. DJ Plus mit der Leslie und dem Heiner zusammen. Okay. Grüße. Ja. Und es war eine Hochzeit, glaube ich, die wir gespielt haben. Irgendwo in Remscheid. Keine Ahnung. Ich glaube, das war ja auch die Zeit, wo man gerade noch Hochzeiten machen durfte. Ja, genau. Ich weiß, dass ich auch mal irgendwie im August, da war das mit diesen 150 Leuten und die mussten dann aber trotzdem alle dann hygienemäßig dann, ne? Genau. War das bei euch dann auch so, dass es am Anfang noch so, alle wussten noch nicht so genau, ob man sich irgendwie berühren darf und nachher war dann eh wieder schalalalalala. Das war ein bisschen, ja. Also beim Buffet war dann alle, musste jeder irgendwie einzeln für sich irgendwie rumlaufen und dann am Ende war ja eh Party. Also, ganz komisch. Ja. Komisch, dass man das dann irgendwie so, war eigentlich abzusehen, ne? Dass dann bei so einer Veranstaltung, gerade in der Hochzeit, dass man dann irgendwie sich dann doch näher kommt, ne? Ja. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, haben wir uns ja über Music for Friends kennengelernt und eigentlich haben wir es ja auch dieser wunderbaren Zeit zu verdanken, dass wir jetzt hier auch mal nebeneinander sitzen können. Ich weiß nämlich, dass ich immer gedacht habe, ey, boah, ich möchte gerne mal mit Michael unbedingt auflegen, weil ich glaube, das wird bestimmt richtig spaßig, weil immer, wenn wir uns mal ausgetauscht haben über Musik, dann hat das eigentlich immer einen großen gemeinsamen Nenner gehabt. Also ich hatte immer das Gefühl so, ja, also natürlich komme ich aus einer anderen Ecke und du kommst auch aus einer anderen Ecke und so, aber ich glaube, dass wir schon viele Stücke halt auch gleich feiern und so, ne? Und das fand ich echt immer richtig spannend und irgendwie wollte ich eigentlich mal, du hattest, glaube ich, ein Steady-Gig immer donnerstags oder so in Köln oder so? Ja, so unter anderem, ja. Ja. Und irgendwie habe ich immer gedacht, so, oh, irgendwann muss ich da mal einen Donnerstag hin und vielleicht kann ich ja dann irgendwo bei irgendjemandem dann da schlafen oder so und so. Aber wie das dann so ist, ne? Wenn du dann am Freitag und am Samstag dann noch einen Job hast oder so oder ich habe Donnerstags eigentlich auch immer die Probe von den Querschlägern gehabt und so, dann ist es nie zustande gekommen. Und umso mehr freue ich mich, dass wir das jetzt hierhin bekommen haben. Ich mich auch, ja. Erstmal schöne Grüße hier an Chris. Natürlich. Hallo Chris von der wunderbaren Sendung Turntable Sprezzatura. Ein tolles Ding auf hier des AT zu hören. Also müsst ihr unbedingt mal reinhören. Was war denn dein erster Track, den du dir gekauft hast? Da freue ich mich ja jetzt besonders drauf. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nämlich selber genau eigentlich nicht. Aha, okay. Ich habe so ein paar Anlaufstellen. Wenn ich genau bin, glaube ich, dass mein erster Track, den ich mir persönlich von meinem eigenen Geld gekauft habe, dass es kein Track war, sondern ein Album, das war eine Phase 10. Klasse 2009 müsste das gewesen sein, Bulletformer Valentine, so ein bisschen Emo-Core, Metal-Core, keine Ahnung. Ich weiß aber noch ganz genau eigentlich, was so der erste Track war, den ich bekommen habe. Und ich weiß noch den ersten Track, den ich mir mal gewünscht habe, also den ich geschenkt bekommen habe. Gewünscht hatte ich mir damals, das war irgendwie, keine Ahnung, hat man noch so ein Discman in der Hand, irgendwie ist es dann rumgelaufen, hat dann eine CD bekommen. Das war von Will Smith, Switch. Ah ja. Und dann ist man irgendwie komplett raus. Und die erste Nummer, die ich tatsächlich geschenkt bekommen habe, war eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Das muss so mit sechs Jahren oder irgendwie fünf Jahren, vier Jahren irgendwie in die Richtung gewesen sein. Da war ich auf den Geburtstag eingeladen und meine Mama hat dann damals irgendwie das Geschenk gekauft für denjenigen, der da Geburtstag hatte. Und ich weiß noch, dass die zwei Sachen mitgebracht hatte. Einmal, ich glaube, es war irgendwie so ein Spielzeug-Plastik-Telefon irgendwie und eine CD und diese CD, das war Hanson Mbob. Ah. Ja. Also ein Knaller auf jeder 90er Party. Ein Knaller auf jeder 90er Party. Auf jeden Fall. Das würde ich jetzt einfach mal betiteln als die erste Nummer, die ich irgendwie hatte. Sagen wir mal so. Oh Mann, ich sehe schon, Kevin ist am Start. Moin Kevin. Ja, geil. Und Kuckuckuck so natürlich. Und Yogo1408. Grüße an Michael aus dem schönsten Dorf. Ja, cool. Also das heißt, du hattest dann früher schon mal eine geschenkt bekommen und dann war das aber das Album war dann das erste, was du dir geholt hast. Ich würde sagen, ich erinnere mich sonst an nichts, was ich irgendwie gekauft habe. Man hat dann irgendwie mit Freunden irgendwie Mucke irgendwie getauft. Ich meine, jetzt ist das ja nicht unbedingt. Ich meine, obwohl Bullet for my Valentine hatten, die mal irgendwie so einen richtigen Radio-Hit. Nee. Also nicht, dass ich wüsste. Keine Ahnung. Wie bist du damals auf diese Musik gekommen? Freunde. Also das war... Sind das Freunde, die eigentlich so... Nee. Sagen wir mal so, also in der Phase war das so, wo jeder mit so einer Justin Bieber-Frisur rumliegt. Ah, okay. Und das alles so ein bisschen... Ich war es... Also ich hatte zwar auch so eine Frisur, aber ich war jetzt nicht so emo-mäßig unterwegs. Ich war Skater eher. Ah, ja. Ich war so ein Skater. Und da hat man irgendwie so Metalcore und so gehört und dann unter anderem halt auch so softere Sachen, würde ich mal sagen. Wie so ist. Und ich weiß noch, dass ich mir das irgendwie dafür extra... Die muss unwahrscheinlich scheiße gewesen sein, dieses Album, weil ich kann mich an nichts mehr erinnern davon. Aber wahrscheinlich, wenn du es jetzt hörst, würde es nochmal... Da würde was passieren wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ach, glaube ich schon. Ich weiß noch nicht mal, wo ich die Haare... Auf Spotify hast du die? Ja, stimmt. Ich glaube, auf dem Nachhauseweg. Ja, stimmt. Genau, guck mal, was da passiert. Genau. Also, ich kann nur sagen, ich habe meine erste Kassette von meinem Papa geschenkt bekommen und das kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil das war dann so ein Heiligtum, weil ich hatte keine andere Musik. Und das war Alan Parsons Project, das Album iRobot. Und das war natürlich nicht meine Musik, aber sie wurde zu meiner Musik, weil ich die einfach rauf und runter gehört habe. Also es war immer, immer wieder... Ich hatte halt nur diese eine Kassette, dann hat man sie wieder umgedreht und dann hast du sie wieder gehört. Und da passiert bei mir jetzt immer noch was. Wenn ich die höre, dann passiert was. Also das ist so eine schöne Erinnerung. Also es war echt richtig gut. Dann hast du Bullet for My Valentine als Zehnjähriger ungefähr. Nee, nicht Zehnjähriger, das war... Zehnterklasse, Entschuldigung. Zehnterklasse, Entschuldigung. Und jetzt habe ich dich ja auch angekündigt, Schlagzeug. Hast du dann damals auch in Bands gespielt oder so? Oder hast du dann auch so eine Musik gemacht? Ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht mehr. Das war noch ein bisschen davor, hatte ich eine Band. Die hieß Beautiful Disaster. War es auch. Sagt die mehr Disaster als die. Die sagt alles so gut aus. Ja. Und wir haben da eigentlich nur so Cover-Sachen gespielt. Aber auch nicht unbedingt moderne Sachen. Was haben wir denn gespielt? Obwohl doch zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt war das, glaube ich, dann modern irgendwie so Kelly Clarkson oder irgendwie sowas. Ah, okay. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ansonsten, keine Ahnung. Weiß ich schon gar nicht mehr, was wir da alles gemacht haben. Also wie gesagt, Cover-Mucke, ganz viel. Ja. Und dann hast du, also wie bist du weiterhin musikalisch so beeinflusst worden? Waren deine Eltern irgendwie sehr musikalisch? Ja, also mein Papa ist Trompeter oder war Trompeter, hat viel Trompete gespielt früher, auch sehr erfolgreich eigentlich. Und von dem habe ich, denke ich mal so das musikalische Ding irgendwie. Und ja, es war eigentlich im Prinzip so, dass ich da so wahrscheinlich eher die Sachen jetzt so mitkriege oder jetzt erst eigentlich entwickle, die auch eher wahrscheinlich so früher ein bisschen mehr gehört hat, so in die Richtung. Und auch das mehr irgendwie schätzen kann. Und ansonsten hat sich halt, wie man so pubertiert halt, irgendwie über die Schullaufzeit, hat sich bei mir viel entwickelt irgendwie. Ich habe, glaube ich, angefangen bei meinen Schwestern, also ich habe zwei Schwestern, die haben halt... Älter oder jung? Älter. Älter, das heißt, von denen habe ich irgendwie so alles hinbekommen. Und dann war das irgendwie so, keine Ahnung, Christina Aguilera oder so, was man dann geil findet so. Und daraus hat sich dann im Prinzip so entwickelt, dass man mit den Freunden dann irgendwie in die Hip-Hop-Schiene kam. Dann bin ich irgendwie ins Metal abgerutscht. Dann zum Abi irgendwie war ich dann mehr so auf Haus. Und dann so irgendwie danach hat sich so ein bisschen die Liebe für so Latin-Music irgendwie entwickelt. Und jetzt gerade fühle ich mich so ein bisschen ins Funkige rein. Und ich habe irgendwie... Da kann ich dir helfen. Ja. Ich bin gerne bereit, dir da noch unter die Arme zu greifen. Das nehme ich gerne. Nee, also so irgendwie gefühlt in zwei Jahren mit Rhythmus hat sich das irgendwie so ein bisschen bei mir entwickelt, dass ich irgendwie so zwei Jahre so bei einem Genre war. Und dann ist das Alte nicht weg gewesen. Ja, ja, ja. Es kommt was Neues dazu. Genau, ja. Das ist interessant. Weil ich finde, das ja... Das merke ich ja selber, dass ja die Musik... Man entdeckt ja immer wieder viele neue Sachen oder auch komplett alte Sachen oder so. Jetzt gerade nochmal muss ich hier Chris zitieren. Die haben diese Turntable Spezzatura. Das ist so eine Sendung. Die machen die einmal im Monat. Und das sind Chris und Roberto. Die haben eine... Das sind beides halt Plattensammler. Also sie selbst bezeichnen sich nicht als DJs. Obwohl ich sage, die sind auf jeden Fall DJs. Aber die sind so tief in dieser Vinyl-Fraktion drin. Und die spielen halt auch nur Vinyl und so. Und die hatten jetzt auch in dem letzten Mix war eine Nummer von der Band Brigitte. Und irgendwas mit dem Goldfisch. Total, total. Ich glaube, vermute mal 70er Jahre, oder Chris? Musst du mal sagen hier. Oh, Benni ist am Start. Und Smooth. Hi. Und Leslie habe ich eben gesehen. Naja, auf jeden Fall ist das, finde ich, immer man entdeckt neue Sachen, die aber vielleicht auch ganz alt sind. Und deswegen ist das bei mir auch immer irgendwie wie eine Entwicklung. Also es geht immer irgendwie weiter. Und was du jetzt eben gesagt hast, das finde ich ganz cool. Dass man vielleicht, was man am Anfang noch gar nicht so wahrgenommen hat, die Musik von früher irgendwie anders auf den Schirm kommt. Also dass du jetzt auf einmal die Musik von deinem Papa vielleicht anders hörst als noch vor Jahren. Und wann hast du denn das erste Mal professionell aufgelegt? Und wie ist es dazu gekommen? Also wie bist du denn DJ geworden? Ja, das war so eine Geschichte. Also im Prinzip auch, wir sind Schulzeit, Abi, Abi-Zeit 2010, 2011 so in die Richtung. Da fing das so gerade an, dass irgendwie jeder seinen Geburtstag gefeiert hat. Und ja, dann musste halt irgendwer für Musik sorgen. Und dann waren da halt irgendwie Freunde von mir auch, die eigentlich immer da aufgelegt haben. Also aufgelegt. Und ich fand das interessant. Also ich kannte das vorher. Kurz reingegritscht. Wie haben die gespielt? Mit was, also was für ein Medium? Ach, das war einfach so ein Billig-Controller irgendwie. Ah ja, okay. Aber irgendwie ein Laptop, wo die Musik auch war. Genau, Laptop. Normalerweise war mir das nie so bewusst, DJ. Also ich war da nie so in dem Thema drin. Und fand das halt so geil, dass ich irgendwie dachte, boah, irgendwie, keine Ahnung. Ich gucke mir das jetzt mal ein bisschen an. Und dann bin ich bei den nächsten Geburtstagen, wenn ich dann immer hin und hab mal irgendwie geschaut, was die so machen. Und dann war für mich irgendwie schnell klar, ich möchte irgendwie einfach das auch mal probieren. Und hab mir dann schnell irgendwie Equipment gekauft. Und für mich so ein bisschen angefangen. Und dann ging das eigentlich relativ schnell. Also ich hatte dann Kontakt zu meinem späteren, oder zu meinem so gesehenen Mann-DJ-Mentor, dem Pablo. Und der hat mich dann halt ganz schnell irgendwie, also ich hab ihn, über meinen Papa hab ich ihn kennengelernt. Und weil mein Papa meinte, ja komm hier, du hast jetzt so lange irgendwie für dich gemacht. Frag mal eben Pablo, der nimmt dich bestimmt mal mit. Und ja, ich war so, okay, ja, ich frage ihn mal. Und hab Pablo gefragt. Und Pablo meinte, ja komm mal mit, ich nimm dich mal mit. Dann sind wir in die Clubs gegangen. Und dann hat er mir so ein bisschen gezeigt, hat mich auch selber dann auflegen lassen. Und dann war irgendwie schnell klar, dass er irgendwie so schaut, dass ich irgendwie so vorankomme. In der Szene, dass ich irgendwie Jobs bekomme. Und ja, das hat dann auch schnell funktioniert. Also es ging dann so, dass er irgendwann meinte, ey sorry, geht ja einfach nicht. Ich kann nicht, du musst übernehmen. Und dann war ich so, alles klar, mach ich. Also das ging dann ab ins kalte Wasser und dann hat es funktioniert. Und von da an ging das dann halt echt schnell. Dann hat sich irgendwie eins aufs andere, man lernt irgendwie neue Leute kennen, connected. Und dann ist man irgendwie in der nächsten Szene drin und dann schuppdiwupp. War das auf jeden Fall ein ziemlicher Multiplikator, ne Pablo in dem Fall? Absolut. Ja, ja. Vielen Dank, Pablo. Ich glaube, man braucht manchmal auch immer irgendwie so ein Quäntchen Glück braucht man auf jeden Fall. Aber natürlich auch den Bock und die Leidenschaft, das ist immer wichtig. Aber manchmal sind es eben auch so manche Leute, die dann eben zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sind und so. Das ist schon geil. Ja, und ja, genau so bist du ja dann bei Music for Friends auch mit reingekommen und so. War denn aber vorher, hattest du schon mal quasi wirklich einen gebuchten Gig? So, jetzt okay, da, jetzt, waren das dann auch eher Club-Gigs oder waren das auch Privatsachen? Nee, das war, also, es fing quasi über diese Privatschiene an. Ja. Aber als es dann halt so in der Zeit mit Pablo losging, dass er mich mitgenommen hat, ging es dann eigentlich relativ schnell so, dass der erste Club-Job kam. Ja. Und dann waren diese privaten Geschichten, waren dann gar nicht mehr da. Ja. Also, es war dann im Prinzip, dass ich irgendwie in Clubs angefangen habe, irgendwie mal zu spielen und dann bin ich da geblieben. Du hattest mehrere Residenz-Jobs oder wie war das? Also, ich habe aktuell so gesehen, habe ich, würde ich mal sagen, also, wenn wir jetzt nicht Corona hätten, dann hätte ich so drei Clubs, wo ich sage, da bin ich eigentlich immer irgendwie. Also, es wäre einmal ein Köln-Descent-Club, ist so ein Studenten-Club, super geiles Ding. In Mönchengladbach ist das das Gräfen und am Nürburgring, da bin ich in diesem, da gibt es quasi von, ja, das nennt sich Eifelstadel, das ist so ein 2000-Mann-Ding irgendwie, also, wo du so 2000 Mann irgendwie reinkriegst. Und da finden halt dann immer Veranstaltungen statt, wenn die irgendwie Langstreckenrennen oder Fisherman's Strongman Run oder so haben und da bin ich dann halt immer mal gebucht, wenn es dann stattfindet. Ja, klar, das ist natürlich dann immer die Sache. Und wie würdest du jetzt so den Unterschied, ich habe was zwar anders auf dem Zettel stehen, aber das interessiert mich gerade, wie würdest du so diesen Unterschied sehen zwischen Club-Gigs und so Event? Also, ich glaube, bei Club-Gigs, tja, wie würde ich das sehen? Also, ich bin bei Club-Gigs, bin ich wahrscheinlich ein bisschen lockerer einfach, also, bei den Event-Jobs versuche ich mich, also, ich stelle mich immer professionell dar, versuche ich mich aber, würde ich eher sagen, irgendwie gehobener darzustellen, irgendwie schwer zu beschreiben. Also, im Prinzip versuche ich, mich mehr so dem Klientel irgendwie anzupassen, in die Richtung zu gehen, nicht, dass ich aussehe wie der Typ, der gerade aus dem Club kommt und hier irgendwie auf die Feier kommt und da irgendwie was macht und genauso andersrum. Also, im Club bin ich jetzt nicht der, der irgendwie im Sacko da steht, sondern da stehe ich dann halt hier mit Shirt und Hose. Ja, Hose ist gut. Ja, du weißt ja, die Jobs, also, die Jobs im Rock, die sind auch okay, ne? Ne, also, generell, also, ich gucke dann halt irgendwie, ich weiß nicht, also, für mich, was war die Frage? Wie du das so unterscheiden würdest, so. Also, ich finde auch, dass die Event und Club ist auf jeden Fall nochmal Sache und auch Privat ist auch nochmal eine Sache. Ich finde manchmal, dass man privat, da kannst du mal richtig Glück haben und dann ist das einfach ein legendärer Abend, weil die Leute dich wegen deiner Musik buchen. So, und im Club ist es ja oft so, da kommen dann versprengte Leute, die haben nicht auf den Flyer geguckt und wissen nicht, dass das und das gerade läuft oder so. Oder irgendwie, die kommen einfach nur hin. Ich komme mich jedes Wochenende hin und letzte Woche war der DJ aber viel besser. Ja, ja, ja. So, ne? Oder spiel mal was zum Tanzen. Ja, das ist klar. Ja, ja, ja. Ja, gut, also, okay, jetzt weiß ich noch einen Unterschied. Also, im Club habe ich eine andere Haut, würde ich mal sagen. Also, da würde ich mich schon anders verhalten. Also, bei Events oder so bin ich anders dann zu den Leuten im Endeffekt. Also, wenn mich im Club jemand irgendwie doof anlabert zum fünften Mal, dann ist irgendwann halt auch der Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt können wir mal irgendwie gucken, dass man irgendwie anders spricht. So, also, ja, das Klientel ist anders. Es kommt auch immer auf die Locations an, irgendwie, wo man spielt. Ja. Hat man irgendwie mal coole Leute, mal schlechte, also, es gibt genügend Storys irgendwie, wo man denkt, dass die Leute tatsächlich cool sind und dann spielt man ein Lied nicht. Ja. Und dann ist man nur noch das Arsch. Ja, ja, klar. Und dann denkt man sich, was bist du eigentlich für ein Trottel? Ja, ja. Ja. Ja, das gibt es echt so viele Geschichten. Vielleicht kommen wir ja gleich noch auf eine. Du hast jetzt wahrscheinlich dann, also, ich habe mir eine eine Frage noch aufgeschrieben, mit welchen Medien du bisher gespielt hast, aber wenn du, mit CDs hast du ihn gar nicht angespannt, ne? Du hast ja dann im Grunde direkt mit dem Controller gespielt. Ja, genau. Okay. Also, ich würde sagen, ich, also, ich habe mit CDs, habe ich dort so gesehen, habe ich angefangen. Ich hatte so ein komisches Ding von Newmark irgendwie, wo man so zwei CDs irgendwie reibt, und nur so ein Fader irgendwie, wo mehr noch ging. Ach, so ein One-in-One-Ding? Ja, ja, genau, ja, ja, ja. Und damit habe ich angefangen, aber das war halt relativ schnell die Zeit vorbei, so dann neues Equipment gekauft. Und, also, mit echten Platten, also nicht so, wie wir das jetzt nachher machen, quasi mit so einem Timecode, sondern mit echten Platten habe ich auch noch nie aufgelegt. Ah, ja. Ich habe, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Das wolltest du mal machen. Das ist echt, das ist echt cool, weil meiner Meinung nach ist dann nochmal so, dieses Beatmatching ist nochmal was anderes, weil du siehst ja nichts. Also, du siehst ja nicht nochmal eine Kontrollsache auf dem Monitor oder so, und man muss sich halt noch viel mehr auf das Gehör verlassen. Also, du musst halt noch mehr und so, und auch die Stücke, glaube ich, noch besser kennen, dass du weißt, okay, wann kommt denn das Break, wo ich vielleicht den Übergang machen könnte und so. Und da hatte ich auch hier Shoutout an Queso. Queso hatte ja hier einen echten, quasi eine, eigentlich wollte ich nur eine kleine Einführung machen, aber letztendlich kann Queso jetzt theoretisch auch auflegen. Und am nächsten Tag, weil hatten wir dann noch die Chance, und dann haben wir ein bisschen eine Vinyl-Session gemacht und so, und das ist nochmal ein anderer Schnack. Also, da muss man echt nochmal anders drauf sein. Und dann kann die ja auch noch springen. Verdammt. Genau. Welche Clubs hast du jetzt nochmal aufgelegt? Also, das waren diese drei auf jeden Fall. Genau. Und was ist das Grief? Griefen. Griefen, ja. Das ist im Prinzip, ja, das ist eigentlich so ein, eigentlich, glaube ich, der größte Club, irgendwie den Mönchengladbach hat. Okay. Und das ist, ja, wie soll man das beschreiben? Weil ich habe nämlich das natürlich auch im Internet mal recherchiert, und dann irgendwo tauchst du auch auf, so, ne? Also, da sind hin und wieder, sind da mal irgendwie... Da war Rasswick, nämlich war auch mal da. Genau, Disco Boys waren da. Genau, da gibt es auch ein Foto von denen. Ja, genau. Eines von den wenigen Bildern, wenn man nicht mal sieht. Da habe ich das, habe ich quasi vor und danach gespielt. Ah ja, okay. Also, da gab es immer mal so Events, wo dann halt irgendwie ein paar namenhaftere DJs irgendwie gebucht wurden. Ja. Und, ja, ansonsten ist das eigentlich auch überwiegend viel so Standardprogramm. Also, irgendwie Hip-Hop-Abende oder Elektro-Abende oder so. Ja. Was wäre dir lieber? Motto-Party oder ein Open Format? Open Format, ja. Ja. Und als Gast? Also, einmal als DJ und als Gast. Also, als DJ Open Format, als Gast. Ich glaube, da würde ich eher Motto nehmen. Ja. Dass man irgendwie sagt, okay, ich weiß, wo ich heute hingehe. Weil da spielt gerade heute... Ja, da weiß ich was kommen. Da ist so nur Haus oder irgendwie so. Ja, okay. Ich finde das auch mit dem Open Format eigentlich für mich irgendwie persönlich immer am spannendsten. Und im Nachhinein ärgere ich mich dann doch, dass man dann doch nicht so viel abdecken kann oder nicht abgedeckt hat, wie man wollte. Und da bin ich manchmal auch einfach zu ängstlich. Gerade im Club-Kontext, wenn man dann irgendwie sieht, okay, jetzt tanzen meinetwegen 20 Leute. Und dann soll das ja nicht weniger werden. So, ne, also im kleinen Club oder so, ne, hast du da ein paar Leute und dann soll das nicht weniger werden. Und da ist man manchmal dann ein bisschen schissig, obwohl man vielleicht denkt, so, oh, die Nummer ist gerade so geil, die muss ich eigentlich spielen. Und so, ne, und, naja, aber was so eigentlich so mein Motto ist, ist immer so, dass ich wenigstens, haben verteilt wenigstens so ein paar Lieder für mich, nur für mich. So, ne, und dann packe ich die da so rein und entweder manchmal feiern sie es und manchmal eben auch nicht. Und dann ist das irgendwie so, ja. Ja, das Gute ist, man baut sich dann im Prinzip eigentlich so darum, man baut das so dahin, die Stimmung ist geil. Und dann schaut man, dass man in die geile Stimmung irgendwie seine Nummer noch reinschiebt. Und wenn die nicht klappt, dann schiebt man halt einfach die ganze Nummer hinterher irgendwie so, dass es dann was passt. Ja, genau. Da gibt es eine schöne Geschichte von Sean Baker, der war ja auch schon mal hier, hallo Sean, wenn du zuschaust, ist supergeil, dass er manchmal das auch anmoderiert hat. Sean hat halt generell kein Problem mit dem Mikrofon, so, ne, und der hat dann gesagt, so, ey, hier, die Nummer, die ist total geil, die müssen jetzt alle tanzen. So, ne, geil. Geil. Also, ne, der hat dann auch noch so einen englischen Akzent, so ein bisschen, ey, 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 oder so. Und dann, äh, lustigerweise, wenn so eine Nummer so anmoderiert wird, dann hat die auf jeden Fall, funktioniert die, ne? Also, oder funktioniert die besser, weil die, da kommt dann aus England Sean Baker angereist und, äh, oder, ne, der wohnt jetzt zwar in Deutschland, aber das ist echt lustig, dass die Leute dann nochmal so, ah, okay, dann ist die wohl gut. So, ne, dann muss ich jetzt wohl tanzen. Echt krass, naja. Und, ähm, was meinst du, ist ein DJ ein Dienstleister? Äh, das ist eine doofe Frage. Also, ich, ich finde, so gesehen ist ein DJ ein Dienstleister, ja, solange er nicht, ähm, nicht, also solange er nicht irgendwie anfängt rauszustechen mit irgendwelchen Merkmalen oder so, also sei es irgendwie die Art und Weise, wie er auflegt, was er auflegt oder so, würde ich sagen, ist er erst mal Dienstleister und danach ist er Künstler. Ja, aber, das ist halt so eine Schwelle irgendwie, keine Ahnung, die kann man, würde ich sagen, kann man nicht definieren. Ähm, ich glaube, ich sehe mich selber irgendwie als beides irgendwo, ähm, ganz normal als Dienstleister, weil ich halt die Jobs spiele, ähm, und mich ja quasi im Prinzip nach dem Wunsch richte, den der Betreiber irgendwie des Klubs irgendwie hat oder nicht. Und, äh, aber trotzdem als Künstler, weil ich halt trotzdem so, ja, mal einen reindrücke, so was, was dann so mein Style ist. Ja, 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 ich glaube, das ist ja letztendlich auch das, was, ähm, äh, was man, wofür man ja, zum einen wird man meinetwegen für einen Hip-Hop-Abend gebucht, dann ist es klar, dass man da nicht 70er Jahre Disco spielt, so, ne, das heißt, von daher muss man ja eine Leistung erbringen, so, also, ne, aber wie man diese Leistung erbringt, das ist ja dann immer noch die künstlerische Freiheit, so, ne, also das finde ich auch. Ähm, aber diese Diskussion habe ich ja schon so oft geführt und, äh, ich finde es aber trotzdem immer interessant, auch, äh, das zu sehen, ich, lustigerweise mit Sascha Poday haben wir ja auch, die, da war ich ja mit der Disco-Küche auf Tour in Wuppertal und so und der war nach, nach der, nach der Dreiviertelstunde, die er dann gespielt hat, war er, ähm, gedanklich auch ziemlich angestrengt, weil er gemerkt hat, so, boah, ey, dann immer so genau zu wissen, okay, jetzt kommt die nächste Nummer, äh, wie mache ich das, wo, wo gehe ich dann nochmal rein, äh, so und so, der hat sich natürlich auch die Mühe gemacht und wollte die Mixe machen, genauso wie Leslie oder Quizzo und, äh, so, also Leute, die noch nie irgendwie eigentlich vorher aufgelegt haben, ne, aber, ähm, deswegen ist das natürlich schon auch eine, eine Anstrengung, so, aber, ähm, irgendwie auch eine Dienstleistung, ich bin da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, also, das ist auch für mich, ähm, ähm, ich finde, wenn wir mit den Sängern, Saxophonisten, Perkussionisten, Gitarristen auf der Bühne stehen, dann sind wir schon eher Künstler, so, weil wir dann ein Teil der Band sind und das ist auch total schön, finde ich, also, das ist für mich auch immer wieder so ein, ey, wir dürfen dabei sein, das ist so, ne, jetzt hat noch keiner gemerkt, das sage ich immer, jetzt hat noch keiner gemerkt, wir können noch nichts, ja, ne, aber ich meine, also, da ist es ja beispielsweise auch so, dass wir so viele Elemente irgendwie drin haben, die, die halt nicht typisch ist, äh, typisch sind irgendwie für, so, das DJ-Ding, oder DJ plus Musiker, das ist jetzt nicht einfach nur, dass der DJ da mal spielt, sondern, wir sind da MCs, wir sind irgendwie Perkussionisten, äh, alles mögliche sind wir da, ja, und halt auch mit der Art und Weise, wie wir da unsere Sets drin haben, eingebaut haben, das, äh, naja, das stimmt schon, ja, das ist echt super, ich bin aber echt froh, das war, also, dass ich da gelandet bin und ich bin auch froh, dass wir uns darüber kennengelernt haben und so, und das finde ich auch, äh, generell an Musik ist natürlich immer was Verbindendes, also, wir haben ja jetzt, äh, man tauscht sich aus über neue Tracks und so und das finde ich total geil, also, ich glaube, das ist auch eines der herausragenden Dinge bei Musik, dass so, äh, über die, über selbst übersprachliche Grenzen hinaus, dass man immer irgendwie neue Sachen erfährt und so und das ist total geil. Ja, vor allem das Coole finde ich tatsächlich echt dadurch, dass wir so viel mit Musikern unterwegs sind, ähm, also, ich hab zumindest dann, so für mich, glaube ich, mehr, das, das Musikalische nochmal mehr entdeckt, ähm, ähm, dass ich da sage, okay, ich hör mir jetzt doch nochmal genauer irgendwie das Saxophon an, so, was man vorher vielleicht gar nicht irgendwie hört oder wahrnimmt, so, 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 vielleicht nur so ein bisschen, ist dann auf einmal so ein Fokus, den man dadurch kriegt, weil man irgendwie mit, mit Saxophonisten und, oder was auch immer, irgendwie zusammenspielt, ähm, und das erstmal irgendwie so realisiert, ja, was das für einen Impact hat. Und Alberto aus Kuba. Ja, Alberto aus Kuba, ja, genau. Ah, der beste Mann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, so, jetzt kommen wir schon fast zum Ende, ähm, wir haben, ähm, aber noch was Kurioses, was dir mal auf einem Geek passiert ist. Ähm, ja, also, das Kurioseste, was mir jetzt spontan einfällt, ist eigentlich, ähm, ich glaube, das kennt jeder, jeder DJ, der mal im Club gearbeitet hat, Ähm, wo der Sidi ist im Haus. Ey, Sidi, Sidi, unser Papa. Ähm, es ist ganz klar, du stehst da als DJ, du hast hinter dir den Backstage, äh, den VIP-Bereich, vorne ist die Tanzfläche, weit und breit ist kein Getränk in Sicht oder Menschen, die Getränke ausschütten. Und es kommt diese eine Person mit der Karte an und fragt dich, ich hätte gerne das und das. Ist dir eigentlich passiert? Ja, ja, ich hätte gerne das, ja. Und ich, ich stand dann da und hab mir gedacht, so, was macht man, passiert das gerade echt? Also, man kennt ja die Videos, wo das geht. Und ich denke mir immer, das kann nicht, das kann doch nicht wahr sein, ne? Muss irgendwie gestaged sein. Und ich hab dann auch gesagt, sorry, wonach sieht das denn aus, was ich hier mache? Und die Person hat mich einfach angeguckt, äh, so, und ich so, ja, genau. Und ist dann gegangen und ich dachte mir, okay, ja, also, das war auf jeden Fall kurios, aber, also, eins der fragwürdigen Momente. Naja, ich hatte mal einmal eine Sache, das war auch, ähm, ich meine, es gibt ja hunderte Momente, ne? Und das, was man ja immer wieder so, ah, ich spiel mal was anderes oder bla 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 und so und so und so. Und einmal weiß ich noch, da hat er sich, äh, ich bin in, ähm, bei einer Party hier in Paderborn, die heißt die Midlife-Disco. Das ist also so eine Ü30-Party, gibt's schon seit den, seit 97, glaube ich, 96, 97. Und, äh, ich bin da irgendwie 99, hab ich mein, äh, Debüt da gehabt und dann bin ich mal, äh, die ist immer nur einmal im Monat. Und dann war ich mal zwei Monate hintereinander da. Normalerweise war ich immer so ein DJ-Wechsel, so, ne, dass man eigentlich immer nur alle drei Monate oder irgendwie sowas dran war. So, dann war ich aber halt zwei Monate hintereinander da. Und dann, ähm, äh, kommt eine Frau so, ähm, zu mir und so und so, ah, gut, dass du da bist oder so. Also, letztes Mal war ja ein ganz doper DJ da, aber schön, dass du jetzt da bist. Ja, ja, nee, ist klar. Aber ich glaube, man muss echt auch so ein gewisses dickes Fell entwickeln. Ja, ja, auf jeden Fall. Also viel mit Humor nehmen einfach vor allem. Ja. Ich glaube, sonst, äh, sonst kommt man da nicht durch. Also, das ist dann. Ich glaube, das ist auch eine Sache, das müsste man hier für alle Leute, die nochmal einen kleinen DJ-Workshop machen, ähm, das müsste man eigentlich diesen Nerv-Faktor, den muss man normalerweise auch noch üben, dass man die ganze Zeit immer einen Nebenein hat, der so, äh, das ist voll scheiße. Spiel mal was anderes. Ich hab mir vor drei Monaten das gewünscht. Ja, ja, genau. Das müsste man eigentlich auch noch üben. Ja, das stimmt. Das gehört dazu, das gehört zur DJ-Ausbildung. Ja, ja, auf jeden Fall. So, was dürfen wir denn musikalisch so von dir erwarten heute? Ja, ich dachte, ich mach mal ein bisschen, ich mach mich mal so ein bisschen breiter unterwegs. Wir hören auf jeden Fall ein bisschen Hip-Hop, R&B, machen so einen Schwenk über so ein bisschen Reggiton und Dancehall, Latinhall, Humberton. Und irgendwie, ja, nicht zu viel, alles so ein bisschen. Und landen dann irgendwie noch bei ein bisschen House-Music. So, dass wir die Rutsche mal so ein bisschen mitgenommen haben. Wir sagen hier jetzt nur noch elektronische Tanzmusik, weil ein guter Freund von mir ist wirklich so ein Hauskenner. Oh, okay, ja gut, dann. Wenn ich in seinem Beisein Hausmusik sage, dann sagt er immer so, du spielst kein Haus. Also wir spielen elektronische Tanzmusik. Ja, das ist das. So, wunderbar. Mickel, ich freue mich total. Wir schalten um, bleibt dran. Wir sind jetzt mal.